Halliallöchen Leute! Willkommen zum 31. Part von The Legend of the Solda! Ja, im letzten Part haben wir den Tempel eigentlich ganz recht gut bestanden soweit. Eigentlich sind wir ganz recht vorgerangestellt, muss ich sagen. Wir sind durch diesen Teleporter gehopst und sind nun hier gelandet. Und wir haben den wichtigen Schlüssel gefunden, der uns hier weiterführen wird. Yay! Und für diesen Schlüssel können wir hier weitergehen und hoffentlich den Tempel. Diesen Part recht zügig zum Boss bringen, also soweit Tuttles zumindest zum Boss kommen. Ob ich den Boss besiege, ist ne andere Sache, aber auf jeden Fall zum Boss kommen, das ist so. Also zumindest davor ist so das Ziel dieses Parts, weil es scheint nicht mehr ganz so viel zu sein. Auf jeden Fall haben wir das Ziel schon gefunden. Also den Ort, wo wir hin müssen, um den Bosski später einsetzen zu können. Aber uns fehlt noch der Bosski selber. Ja, dieses Ding, ich hasse es immer noch. Also es ist echt nicht cool. Ach, geht doch. Schön. Da haben wir den letzten Part schon ein paar Mal gelängert und gesessen. So. Und hier fehlt uns, glaube ich, das Ding. Aber diese, diese, äh, einleitende Forms, so ausgedrückt, ist ja jetzt nicht gerade das schwerste im Spiel. Okay. Also die hier haben wir ja durch, glaube ich, Bomben besiegt. Ja, die waren durch Bomben besiegt. Und durch da. Und jetzt war es hier, glaube ich, dahinter war es, glaube ich, wo wir, ja, ja. Wo wir weiter konnten. Auscher kam zurück. Okay. So. Und jetzt mitnehmen. Perfekt. Und. Wie war das nicht? War das anders? Ah. Ah. Das ist ja die gute Frage. Die Berechtigte auch noch. Ah. Mal gucken. So. Muss ich echt gucken, wo das war. So. Was ist hier unten? Also es war auf jeden Fall irgendwo hier. Ist ja klar. Aber wo? Na auch. Durch Bomben haben wir ja sowieso. Einer. Auf jeden Fall, dass es den letzten Platz so lange gebaut hat. Das ist zwar ganz schön gut voran. Oh. Komm mal her. So. 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 Mein Fehl. Ja. Hier war das. Genau. So. Und. Plack. Und da lang. Oh. 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 Hi. Das war jetzt nicht unbedingt nötig. Aber. Okay. Endlich mit den großen Schlüssel lassen sich die versteckte. Das... Was war das? Habe ich das? Habe ich irgendwas gemischt? Ja. Den Schalter zu drücken. Weiß ich jetzt nicht, ob es nötig war. damit wir hätten auch gar nicht auf die und ich hasse diese gegner die sind echt nicht nicht so gesagt es ist euch die und die nächsten beiden ach, nicht ganz jetzt sollten sie aber ja, gut die Pfeile nochmal eben mitnehmen und weiter gehen und weiter geht sie wieder fahrt oh verdammt man jetzt komm her ach du es ging nur zu dem hat sie erledigt ok, hier sind wir zurück nochmal den Schlüssel nicht warum war das noch? kam ich nochmal weiter jetzt ich weiß es gar nicht ich weiß es gar nicht das ich hier hier so ah wenn mich nicht alles täuscht das kann natürlich sein dass ich mich jetzt brutal täusche und es ganz woanders lang geht aber ich glaube es ging hier nachdem wir natürlich zurückgegangen sind und das ganze ok, dann gehen wir halt zurück so ouch so und nochmal so 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 Die Schall... diese Schalter her... dingstig weiter. So. Und... Da, bitte! Penner! Ja. Ich glaub... nein, wir sind sehr weit davon weg. Ach, Mann! Aurang ist die Seite oder sowas? Hier... Ah, Mann! Wo war denn der Gang nochmal zum Dings? Bin mir grade überhaupt nicht sicher. Hm... Da hab ich auf jeden Fall ne Tuch vergessen. Die holen wir uns gleich. Hm... Ach so... ach... Kräftaband da... Versuchten wir das Kräftaband. So. Nachdem wir dann wieder um die Getar rein... So. Und zurück geht's. Ich geh... Man kann eigentlich schon mal ausgehen, dass man die... ... hier bis sieben muss, damit man was bekommt. Ich bin mir ja natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber... ... wir können's ja mal probieren. So. 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 Ich denke mal, das wird, äh... ... so wird es, äh... ... wert sein. Äh... ... Karte. Ja. Die Karte. Yes. Sehr früh im Tempel. Okay, äh... Das kann ja eigentlich nur von der einen Seite sein... ... also von... ... äh... ... ich will euch das jetzt, äh... ... irgendwie zeigen. Ja. Das kann ja nur von der Seite sein. Oder nicht. Vielleicht nicht. Ja. Oh. Man kann's doch. Ich dachte mal, das geht nicht. Okay. Hm. Naja, das geht immer noch nicht. Oder doch. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ach, ich wollte das an... ... ich wollte das angeaktiviert haben. So. Dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Haben wir hier Bomben irgendwo? Wo ist die andere? Ah, wo brauche ich das? Und das kann man beides. Ah. Das ist ein Bomben. Eine reicht mir ja. Ich wollte die andere Seite nicht? Ja. Ja, ja, ja. So wollte ich das. So. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ach. Ich glaube, ich könnte mal so ein bisschen Herz wieder vertragen. Das wäre nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. So. Das ist das Herz für mich. Und weiter geht's. Die wille Fahrt. Autsch. Du böses Ding. So. Oh. Du bist doch da. Ich bin verwirrt. Muss ich mir glaube ich nochmal nachdenken, wie das ging. Ich bin hier. Ich bin hier. Da. Oh. Ah. Oh. Da bin ich jetzt. Okay. Äh, das bringt mich weiter, von wie fär? Hu-hu-hu-hu-hu-u. Du-du-du du 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 du. Gunt, ich kann dieses Ding ausrüst. Nee, das ist ein Mann-Modell! schöner treffer das machen wir nun ich glaube wenn ich das bis zum ende des parts ich da hin schaffe dann brauche ich echt in meinen part noch mal rein ach jetzt sind wir hier wieder ne das ist ja nicht wichtig ach gut 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 das ging sehr schnell das mir sehr gefällt das gefällt mir natürlich ganz gut wenn sowas recht schnell funktioniert aber das geht natürlich wieder an den nerven aber wir haben auch gesehen dass das ganz schnell gehen kann dieser kann wenn man sich immer so ansteckt wie ich gerade denn und das und die andere naja geht da sind wir hier und weiter hier ist der basket gewesen hier ist der hier ist der hier ist der hier ist der hier ist irgendwo da ja Das ist ja vom Feste. Da sind wir hier. Da möchte ich aber nicht zwingt. Das ist echt eine scheiß Aufgabe. Na ja Leute, ich werde mich das ganz normal angucken, wie ich hier gelaufen bin. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann und schalten wir auf jeden Fall wieder rein. Bis dann und tschüss.